Was ist psychosexuelle Entwicklung? Psychosexuelle Entwicklung ist eine Theorie, die Sigmund Freud zugeschrieben wird, einem Neurologen, der für seine psychologischen Theorien bekannt wurde. Laut Freud beeinflussen die Erfahrungen eines Menschen in frühen Jahren sowohl seine Persönlichkeit als auch sein zukünftiges Handeln dramatisch. Freuds psychosexuelle Entwicklungstheorie konzentriert sich auf psychosexuelle Stadien, wobei sich jeder auf einen bestimmten Körperteil konzentriert, der angenehme oder lustvolle Gefühle hervorrufen kann, und jeder eine Rolle bei der Entwicklung des sexuellen Instinkts spielt. Freud behauptete, der Sexualtrieb sei der wichtigste Einfluss auf die Persönlichkeit. Er behauptete, dass dieser Instinkt bei der Geburt eines Kindes anwesend war und sich durch die psychosexuellen Stufen weiterentwickelte. Die psychosexuelle Entwicklungstheorie konzentriert sich nicht nur auf lustvolle Gefühle, sondern berücksichtigt auch die Konflikte, die sich aus dem Erleben dieser Gefühle ergeben können. Freud glaubte, dass sich Fixierungen entwickeln würden, wenn diese Konflikte lange genug nicht gelöst würden. In einem solchen Fall würde die psychische Energie des Kindes, die als Libido bezeichnet wird, so stark in den Umgang mit einer Stufe verwickelt werden, dass wenig übrig bleibt, um die Konflikte und Herausforderungen der nächsten Stufe zu bewältigen. Er glaubte auch, dass ein übermäßiger Genuss dazu führen würde, dass ein Kind nicht weiterkommt, und ein Nachgiebigkeitsverlust das Kind in Bedrängnis lässt. Schwierigkeiten in einer der Stufen können zu bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen führen. Das orale Stadium der psychosexuellen Entwicklung beginnt bei der Geburt und dauert bis zum Alter von 1 an. Es konzentriert sich auf den Mund, und zu den befriedigenden Erfahrungen dieser Phase gehören Saugen, Essen und Beißen, während eine Herausforderung dieser Phase die Entwöhnung darstellt. Wenn eine Person in dieser Phase ungelöste Probleme hatte, glaubte Freud, er könnte als Erwachsener zu optimistisch, leichtgläubig, abhängig, passiv, feindselig, aggressiv oder sarkastisch sein. Als nächstes folgt das anale Stadium, das sich von einem Jahr bis zu drei Jahren erstreckt und sich auf den Anus konzentriert. Freud glaubte, dass die Befriedigung dieses Stadiums vom Herausdrücken und Festhalten von Fäkalien herrührte, während das Toilettentraining die Herausforderung darstellte. Er behauptete, ungelöste Konflikte dieser Phase könnten dazu führen, dass ein Kind zu ordentlich, starr, störrisch, unordentlich oder rebellisch wird. Das fallische Stadium reicht von drei bis fünf oder sechs Jahren und konzentriert sich auf die Genitalien. Sexuelle Neugier und Selbstbefriedigung sind die erfreulichen Erfahrungen dieser Phase, während der ödipale Konflikt, der durch die Liebe des Kindes zum anderen geschlechtlichen Elterteil und den Wunsch, das gleiche geschlechtliche Elterteil zu ersetzen, gekennzeichnet ist, die Herausforderung darstellt. Laut Freud könnte das Erwachsenwerden mit unerfüllten Herausforderungen in diesem Stadium dazu führen, dass eine Person übermäßig keusch, promisquitiv, vergeblich, flirtend oder stolz ist. In der Lattensphase von fünf oder sechs Jahren bis zur Pubertät sind die Libido-Interessen weniger ausgeprägt und die Kinder erfahren sexuelle Ruhe. In dieser Phase gibt es keinen Körperteil, und Kinder interessieren sich mehr für Hobbys, Freunde und sogar für die Schule. Das Genitalstadium wird von der Pubertät an übernommen und es heißt, dass die Menschen erneuerte sexuelle Interessen entwickeln und reife Beziehungen eingehen. Da Freud der Ansicht war, dass die meisten Persönlichkeitsmerkmale früh im Leben entwickelt wurden, sind diese Stadien nicht mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen verbunden. In diesen Phasen können jedoch aufgrund der ungelössten Konflikte anderer Phasen Herausforderungen auftreten.